Was hat Udo Lindbergh mit der Methode des Popsängers, des saloppen Künstlers versucht? Er hat sich an Honny gewandt, er hat Erich Honecker auch ein Lied gewidmet. Immerhin hat Honecker ihn sozusagen eine Antwort für würdig befunden, weil er dachte, mir ist jeder recht, der im Westen mich anerkennt und sei es auch nur Udo Lindbergh. Udo Lindbergh hat Honecker eine Jacke geschenkt und ich möchte doch vorlesen, was Erich Honecker zu dieser Jacke gesagt hat. Das ist ziemlich Lederjacke. Lieber Udo Lindbergh, mit der Übersendung der Lederjacke haben Sie mir eine Überraschung bereitet, für die ich Ihnen danke. Natürlich ist das äußere Geschmackssache, aber was die Jacke selbst betrifft, sie passt. Wenn ich es recht verstehe, ist sie ein Symbol rockiger Musik für ein sinnvolles Leben der Jugend ohne Krieg und Kriegsgefahr. Na, dann ist er wieder auf seiner Propagandamühle. Aber wenn ich mir die Kleidung von Erich Honecker ins Gedächtnis zurückrufe, so finde ich seine säuerliche Äußerung, sie passt, aber Geschmackssache, sehr schön. Und dann ist er natürlich etwas wie eine Probe, die sich erinnernimmt.